Erneut Thema EU-Führerschein. Was ist, wenn der Staat, der ausländische EU-Staat, in dem ich meinen Führerschein erwerben will, mir den nicht ausstellt? Das klären wir heute. Guten Tag, liebe Zuschauer. Mein Name ist Henning Hartmann. Meine Kanzlei beschäftigt sich mit dem Verkehrsrecht und dem Strafrecht, einer der Schwerpunkte der EU-Führerschein. Er ist immer beliebter, weil bekanntlich auch in den Fällen, in denen in Deutschland vor Wiedererteilung der Fahrerlaubnis eine MPU zu absolvieren gewesen wäre, in Deutschland gefahren werden darf, wenn der Führerschein im EU-Ausland legal erworben wird. Das ist Aussage der dritten EU-Führerscheinrichtlinie, immer wieder durch die Instanzgerichte und den EuGH bestätigt. Neuerdings kommen allerdings häufiger Rückmeldungen aus einzelnen Staaten, dass die Fahrerlaubnis in diesen Fällen, in denen eine MPU in Deutschland noch offen ist, die Fahrerlaubnis nicht ausgestellt wird. Es werden gelegentlich Rückfragen von den ausstellenden Behörden an das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg gestellt. Und wenn dann die Rückmeldung kommt, derjenige hat sich einer Fahreignungsbegutachtung, so heißt das, in Form der MPU zu unterziehen, dann weigern sich die Staaten zum Teil, oder die Führerscheinstellen zum Teil die Fahrerlaubnis auszustellen. Nun muss man dazu sagen, dass das natürlich grundsätzlich im Ermessen eines Staates steht, ob er eine Fahrerlaubnis ausstellt oder nicht. Es ist allerdings so, dass ein Kollege aus Polen derzeit ein Musterverfahren führt, in dem er anstrebt, dass die polnische Führerscheinstelle verurteilt wird, die Fahrerlaubnis zu erteilen, weil nämlich in Polen ja keine Fahreignungsbegutachtung in Form der MPU zu absolvieren gewesen wäre. Die gibt es da in dieser Form auch gar nicht. Das Verfahren läuft derzeit. Ich werde Sie unterrichtet halten, wie es ausgeht. Man merkt an dieser Rückmeldung, die ich gelesen habe in vereinzelten Fällen, dass die ausländische Führerscheinstelle bei der Formulierung ihrer Ablehnung des Antrages diesen Komplex MPU eigentlich gar nicht richtig verstanden hat. Da werden also Formulierungen gewählt auf zweieinhalb Seiten, die durchblicken lassen, dass diese Thematik Fahrerlaubnisbegutachtung in Form der MPU ist offen, dort eigentlich gar nicht bekannt ist. Wie gesagt, ich werde Sie auf dem Laufenden halten, ob in diesem Falle der Kollege erfolgreich klagt und dann die einzelnen Führerscheinstellen auch wieder ausstellen. Es bleibt jedenfalls grundsätzlich dabei, haben Sie im EU-Ausland die Fahrerlaubnis ordnungsgemäß erworben, dürfen Sie auch in Deutschland wieder fahren, auch wenn Sie hier noch eine MPU zu absolvieren hätten, um die deutsche Fahrerlaubnis zu bekommen. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, schreiben Sie mir gerne. Ansonsten können Sie gerne meinen Kanal abonnieren. Dann bleiben Sie kostenlos informiert zu den Themen, die uns hier bewegen rund ums Verkehrsrecht und Strafrecht. Das können Sie bewirken, indem Sie auf mein Foto klicken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020